Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 17 The Journey. Hunter ist bereit, wir sind bereit. Es heißt, erst wieder gegen, äh, wir spielen wieder gegen Wigan. Genau, wir spielen gegen Wigan Athletics und wir haben eine bombastisch gute Form momentan. Ja, wir haben ordentlich Tore geschossen und jetzt gilt es, diese ganze Euphorie mit in dieses Spiel zu nehmen hier im Villapark. Ja, wohl im EFL Championship gegen, genau, Wigan, wie gesagt, die waren auch mal in der ersten Liga tatsächlich. Ja, eigentlich gar nicht mal so schlicht gewesen, aber halt den ganzen Investitionspreis sozusagen untergegangen. Naja, und dann geht das mit dem Abstieg relativ schnell. So, Spieler im Fokus natürlich, klar. Alex Hunter, sechs Tore in den letzten drei Spielen. Alter. Ja, da ist er. Das ist mal eine Ansage, wa? Richtig, richtig, richtig gutes Spiel gemacht im letzten, oder richtig, 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 richtig gute Spiele gemacht im letzten drei. Jetzt, wie gesagt, geht's gegen Wigan. Und wir müssen natürlich erweitern unseren Eindruck bestätigen, sozusagen. Ja, der von Jelinek war nicht gut. Und er haut den einfach mal auf die Tribüne. Das nennt man wohl unkonventionelles Verteidigen. Schön, Hunter. Wir probieren's einfach mal. Schlechter Versuch, direkt 20.000 Punkte abzug. Ja. Warum nicht? Kann man mal machen, ne? So, Morsi. Davis. Und aufgepasst. Und Adama. Der ist schnell. Oh. Na, holen wir immer den Eckball. Da kommen wir ja nicht mehr gerne, ne? Hier, vielleicht so hin in die Richtung. Yo. Boah, der war gut. Auch wenn Hunter noch nicht in der Nähe war, aber der war wirklich gut. Der können wir doch nicht mehr gerne. Achtung. Daniels. Jill Bay. Der hat auch ordentlich fightet, aber wir fighten better. Oder so. Adama, stark. Und das ist kein Abseits. Jelinek. Flanke auf Hunter. Oh. Das ist in die Mitte gezogen, der Eckball. Der ist nicht schlecht. Baker. Baker Street, wa? Adama. Komm. Adama! Okay. Ist halt kein Stürmer. Der hat das doch mal gut vergessen. Und der ganzen Chose. Scheiße. Jill Bay. Und Kallet. Nein. Ach, das gibt's doch gar nicht. Komm her. Komm her. Schön. Ja, ein bisschen Trikot gezogen. Ah, das gehört dazu. Das gehört dazu, hör mal. Vorsicht. Jill Bay mit dem Freistoß. Tor. Oh. Krass. Richtiger Typ. Ah, schade. Der Hunter hinten mit Feepers raus. Direkt wieder 20 Millionen Punkte abzug. Und schön den Ball geholt von Gästidi. 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 Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Keine Ahnung. Danke, komm. Hunter ist da unten. Hunter! Wenn er sich da irgendwie vor den Abwehrspieler schrauben kann, ne? Das wär'n Träumchen gewesen, hör mal. Der ist gut. Oh. Alter! Ach, komm. Ist doch nicht dein Ernst. Hups. Schau nicht mal. Ja. 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 Morph C. Ja. Burke. Vandenberg. Das heißt, ein anderer Spieler, ich weiß. Der ist gut. Greg. Oh, das ist Will Griggs, ne? Krass. Will Griggs on fire, Alter. Schön. Der Superstar der Europameisterschaft in diesem Jahr. Oha. Was ist denn hier los? Hunter. Schön. Bringt ihn durch und wird gefoult. Ja. Freistoß. Kriegen wir jetzt auch Punktabzug? Bringt Schwalbe oder so? Nö. Okay. Runter. Und auf geht's. Die Stimmung ist da. Es fehlen nur die Tore. Schön. Adama. Peter, hallo? Alter! Was machen die denn? Da hinten. Dass die doch besoffen sind, die doch. Die Erschöften. Der Jedi-Neck läuft da gut ab. Weiter geht's. Hatten. Wir hatten ja nichts. Gardner. Gardner. Nein! Schön. Wir hatten übrigens eine Verletzung. Zumindest stand das wohl irgendwie im Raume. Aber es war dann zum Glück doch nichts. Jedi-Neck! Kackel. So, Vorsicht. Naja, Hammer, 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 Hammer. Alles safe, alles gut. Achtung oben. Flores. Dann haben wir hier Burke. Kacke. Achtung, Achtung, Achtung. Ne. Das ist weg. Adama. Ah, den hätte man vielleicht auch anders klären können. Nicht unbedingt zum Eckbahn, aber, naja, was soll das, egal. Achtung. Oh. Achtung. Gilbei. Nee, Gilbei. Gilbei. Oh, ganz starke Aktion. Achtung. Och. Was meinst du denn da? Mensch, Stobi, was ist denn los mit dir? So, hatten. Wir hatten ja nichts. Na, wird nicht lustiger, ne? Pass auf, Adama. Er geht. Und jetzt musst du da oben mitgehen, Jungs. Was ist denn los? Hatten! Oh. Warum gehen wir denn da oben nicht mit? Seid ihr am Schlafen, oder was? Jetzt! Ah! Wo ist der Ball? Ich hab den Ball nicht gesehen. Wer ist das denn? Äh, geh weg. Verpiss dich. Du Striche. Voll. Zack. Zack. Jernik, Zweikampfmonster. Sehr gut. Stark. Ah. Da kann keiner dazwischen spritzen. Was? Ja, Adama lässt sich da nie abkochen. So muss sein. Achtung, Flores. Ah. Auch den hätte man vielleicht irgendwie verteidigen können. Das ist schön gespielt, Flores. Das ist... Ne. Forget about it. Who's don't stop me? Schön. Rillish. Wir müssen den auf Hunter spielen. Sauber. Hunter. Ja, komm. Wir gehen safe. Nehmen die Punkte mit. Hatten. Aha. An sich. Keine Schichtige. Ach krass, war abgefälscht. Okay. Hunter! Schade. Schade. Schade, ey. Was war das denn? Okay, okay, okay. Flores. Und jetzt ist Halbzeit. Es steht 0 zu 0. Naja. Also ich sag mal so. So grob gesehen. Hättet er eigentlich schon führen müssen. Ne? Aber wir sind alle relativ positiv dabei. Danny Williams. Kommt für. Mile. Janinek. Was ich ja sehr feiere. Mit dem können wir immer sehr gut zusammenspielen. Ist ja unser neuer Best Buddy sozusagen. Nachdem uns die andere Pissbähne ja verladen hat. Bis zum Gehtnichtmehr. Irgendwann wird der Tag kommen. Wo wir gegeneinander spielen. Und dann. Und dann. Geht's ab. Nein, 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 nein. Will Griggs verpiss dich. Will Griggs. Will Griggs. Kommt. Schön. Barry Williams. Und Hunter. Sauber. Er holt sich das Ding wieder. Und Hunter. Sehr schön. Schön aus dem Mittelfeld. Komm. Jetzt der Pass. Gesteht die oder Elfisorat. Ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird. Mein Penis. Ach. Dreck. Okay. Bennet. Spielaufbau. Hm. Aber was ist das denn, Alter? Jungs. Schöner Ballgewinn. Ah, komm. Ach. Ach. Kacke. Das ist wieder so ein Spiel, wo wir gleich einen kassieren. 100 pro. Ach, komm. Komm. Ja. Nee. Okay, komm. Beseitenwechsel mal. Mal ein bisschen nach da drüben verlagern. Ah, da mal. Der war eigentlich immer ziemlich stark. Komm. Jetzt gib mal Stoff, Junge. Jawoll. Komm mal rein da. Einmal für uns. Sehr schön. Mal eine Standardsituation rausgeholt. This is great. Hatte du Versager. Nein. Tut er nicht. Aber. Nee. So, Burke. Und Grick. Sehr, sehr schön. Ja, Hunter. Du hast absolut das Recht, da hinzugehen. Der war für dich gedacht. Du hast. Gibt's doch gar nicht. Gehen die denn jetzt hier schon auf einmal ab, Alter? Kann doch nicht die Wahrheit sein, hier. So, ich hab den Klusen. Ja, doch. Ah ja. Muss er eigentlich haben, das Ding. Muss er eigentlich haben. So, Hunter. Den da oben. Der übrigens IU heißt. Und jetzt zum Spiele ist. Und jetzt kommt Hunter. Komm. Das war vielleicht die große Chance. Oh. Hätte ich den vielleicht nicht angeschnitten nehmen dürfen. Ich weiß es nicht. So, wieder IU. Dein alter Powerhouse. Wieder auf Hunter. Mann, ich hab den Moment verpeilt. Zu passen. Dreck, ey. Adama. Geht da drauf. Komm. Spiel mal ein bisschen Pressing, Jungs. Auf da. Auf da. Bisschen den Ballführenden attackieren, aber er ist nicht. Gibt's einen Konter. Hä, was macht der denn? Aber sonst, alles easy, ne? Alles gut. Geil. Hatten. Schön. Im Liegen. Auf Adama. So, wo ist da unten der, der... Hunter ist wieder... Im... Nirgendwo, Mann! Okay. So, komm. Westwood holt sich der nochmal. Auch das ist wieder so ein Ball gewesen. Warum geht Hunter da nicht dran? Da darf er rangehen. Macht's aber nicht. Ich versteh's nicht. Er ist wieder so richtig... Als würde er nicht Stürmer spielen heute in dem Spiel hier, weißt du? Muss mir mal einer erklären, ey. Ach, Penis, Alter. Aju. Wunderbares Zusammenspiel und der... Ha, 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 ha. Ich hätte mit Aju mal abziehen sollen hier. Ja, Einwurf, 82. Minute. Mal gucken. Ach. Ballverlust von Westwood. Mega ärgerlich. Und jetzt ist die Mitte frei und er geht durch. Davis. Das ist ein Tor auf 100 Pro. Was ist denn das für ein Torwartverhalten? Wie kann der denn den bitte ins Torwart-Eck lupfen? Das darf doch niemals passieren. Er kommt raus. Hä? Obachter... In's lange Eck kein Ding. Aber doch bitte nicht ins Kurze. Das ist doch... Das ist doch ein Wohne, ist das doch. So, Hunter jetzt nochmal. Hunter ist unfassbar. Es ist unfassbar. Komm. Komm. Ach, erzähl mir doch keinen. Alter, gib mir den scheiß Ball jetzt. Reicht, Junge. Spiegel sind vorüber. Hunter. Und da unten nochmal... Und nochmal da oben. Aju. Ach, was ist das doch so? Mit Schuss. Oh, ist das schlecht, Alter. Weiter geht vielleicht nochmal was. Superball-Mitnahme. Und Hunter. Und Hunter! Du musst mich verarschen. Es war doch schon wieder so ein Spiel. Nee, ey. Weißt du, da blende ich einfach mal hier. Komm. Ne? Einfach mal ein Pausen-Screen vor Akku rein. Ja, es war in Ansicht eine gute Leistung von Hunter, aber ey, ganz ehrlich. Oh, komm, Alter. Gut, vielleicht war es die Verletzung noch einfach, aber trotzdem. Du hast es, Mann. Total. Du hast es. Ja. Wir lassen uns wirklich raus. Manchmal kriegst du einfach nicht den Grün, Mann. Im nächsten Spiel, wir setzen das richtig. Im nächsten Spiel bumsen wir die, Mann. Aber richtig. Und ja, nicht das Lied. Muss weiter machen. Ein paar Follower haben wir immerhin dazubekommen. Attribut-Zuwachs ist gleich null gewesen. Schön. Oh, scheiß. Wir hätten mindestens zwei Tore machen müssen. Naja. Ist halt immer ein bisschen doof. Was soll das? Weiter geht's. Ja, Training schießen. Schießen ist ein gutes Stichwort. Schießen-Training. Das kann man mal machen. Alright, lauts. Wetten? Wetten, wetten, wetten. Okay, ach stimmt. Das ist ja er hier. Training beginnen. Schussgenommigkeit und Lupfer. Okay. Da bin ich natürlich gerne dabei. Gerne. Ach, das ist die Geschichte gewesen. Okay. Das ist nicht einfach. War das jetzt die Lupfer oder was war das nochmal? Ne, das war Schussgenauigkeit, ne? Ja. 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 Ja, der war gut. Auch der war okay. Komm. Ja, okay. Oh. Ja, der ist zwar drin, aber... Scheiße. Nein. Ja, der war gut, aber es ist immer noch so knapp. Das ist nicht gut. Ne, pass auf, machen wir nochmal. Da geht besser. So schon mal nicht. So auch nicht. Kann doch nicht fahr sein, Alter. Willst du mich verarschen? Das ist die Dinger jetzt um. Ohrengeklöppelt, Mann. Ich sag dir das. Ah, okay. Zack. Zack. Ja, ich muss die Dinger eigentlich treffen, ne? Mehr Punkte. Aber so geht's natürlich auch. Aber drauf da. Hä, was war das denn? Alter. Schön. Alter, ins Tor war dick. Komm, zweimal schaffen wir noch. Oh. Gegen den Pfosten. Glaube ich jetzt wohl nicht. Oh, einmal noch. Ja, exzellent. Geil. Mega. Mit dem letzten Schuss. Perfekt. So, jetzt kommt die Lupfer nochmal dran. Auch die nehmen wir natürlich mit. Ne? Auch die nehmen wir mit. Hier steht das, äh, es muss mit, oder wie war das, ne? Ne? Komm mal raus, da. Ha, 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 ha. Stay in the line. Stay in the line. Ah, 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 nein. Okay, was soll ich nochmal? Ich möchte, dass die alle sechs drin sind. Okay, alle sieben. Zack. 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 Der ist nicht drin. Ach, kacke. Okay. Machen wir nochmal. Komm schon aus, mate. Komm mal, Zeit. WTF. Okay, einen dürfen wir wohl verschießen. Aber zwei nicht. Okay, letzter Versuch. Jetzt muss ich zählen. Jetzt, äh, aber keine Chance mehr. Oh, Gott sei Dank. Um Gottes Willen. Fuck you. Mann, er war besser so weit draußen ist wie möglich. Und dann mach ich den so rein, ey. Ganz ehrlich. Einfach warten. Und er geht davon ganz alleine. Ne? Er leckt mich doch. Ha, der war trotzdem drin. Der auch. Scheiße. Yes. Und wieder ein Exzellent. Ach, wir haben nochmal. Okay. Ah, klar. Wir haben schon Exzellent. Brauche ich den hier nochmal reinmachen, ne? Das ist doch scheiße. Äh, manchmal, ne? Ich sag dir das. Manchmal kann ich echt... Irgendwas machen. So, was ist los hier? Was geht ab? Sehr schön. Schussgenauigkeit und Lupfer haben wir ein bisschen Plus bekommen. Das folgt mir natürlich. Wunderbärchen. Auswechselspieler, Stadtelf, Reservierspieler, bla. Leck mich. Leck mich grande. So, wie sieht's aus? Nächstes Spiel geht gegen Bradford. Und, äh, ich würde sagen, liebe Freunde, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ne? Warte mal, ich wollte hier nochmal gucken. Wir haben nämlich noch einen Skillpunkt. Äh, können wir den noch irgendwo hinverteilen? Was haben wir hier? Weitwurf ist scheiße. Verbesserer dann können mit dem schwachen Fuß. Ist eine gute Idee. Um dann der Grätschen zu verbessern. Was haben wir hier? Die Chance von Hackenpässe und schickerem Ballannahmen. Bedarf mit Schnitt. Wenn ihr dann noch den Elfmeter zu verbessern? Nee. Präzision der Freistöße auch nicht. Ich glaube... Lass uns... Äh... 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 Weiter. Also Einwürfe in den Strafraum brauchen wir nicht. Mehr Kraft aufs Tor. Lass uns mal... Das Können mit dem schwachen Fuß verbessern. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Dann haben wir nämlich... Schwacher Fuß, 5 Sterne. Das ist, glaube ich, okay. Ja. So machen wir's. Was kann man hier eigentlich noch gucken? Lass uns mal gerade noch ein bisschen hier reinschauen. Ah, hier. Das ist Alex Hunter. Persönlichkeitseffekte. Follower, Manager. Aha, aha. Absolvierte Spiele, 6. In der Premier League, 8 in der Championship EFL und EFL Cup haben wir 1 gemacht. 13 Tore, 0 Torvorlage. Das ist eigentlich gut, ne? 3 Tore in der Premier League, 10 in der EFL hier. Seitdem wir ausgeliehen wurden. Ach, das ist eigentlich schon gut. Ich nehme ein Leihgebot an. Ach, cool. Kriegen wir hier Leihspielersets. Das ist ja prima. Nice one. Okay, und dann gucken wir nochmal kurz hier auf die Tabelle. Wir sind im Moment immer noch Erster, wo wir das letzte Spiel verloren haben. Das geht eigentlich. Wer ist denn hier Letzter? Rotterham United, Barnsley und Preston North. Preston North End. Das klingt wie so eine, wie so eine, wie so eine Dingens hier, ne? Wie so eine, wie so eine Endstation quasi. Huch. Ja, also ich würde sagen, wenn ihr möchtet, sind wir beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wie bei Let's Play FIFA 17 The Journey. Die Folge war leider etwas kürzer als sonst. Die nächste wird vielleicht wieder ein bisschen länger. Ich denke doch. Ich denke doch. In diesem Sinne, wir haben uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Bis dahin.